Oh mein Gott! Wieso? Oh mein Gott! Der ist zu schnell, Bruder, der hat diese Schuhe an, Alter. Oh mein Gott! Oh, das könnte sein, das könnte das... Nein! Jaaaa! Freunde, es ist fast genau! Es ist endlich soweit. Heute spielen wir den dritten Bro-Tapelcup der Welt. Oh jeaaa! Wir waren auch nie Junge. Geil, Alter. Wer ist eigentlich Titelverteidiger? Ich! Loco und Hazel, ihr weißt? Loco vom ersten und Hazel vom zweiten. Marius, Mr. G. auch wieder am Start. Eli, warum bist du heute hier? Ich dachte, es ist der. Zu diesem Anlass haben wir uns auch noch ein bisschen was besorgt. Ich geh das mal holen. Denn der Gewinner kann heute auch etwas gewinnen! Oh mein Gott! Hab ich ja noch nie erlebt, Junge. Okay. Riechst du Knoblauch? Oh mein Gott! Seid ihr ready, seid ihr ready! 3, 2, 1! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Jeff! Wer wird um 10. Wer wird um 10. Wer wird um 10. Nullensieger? Hey! Wir haben noch was besorgt. Für noch einen Gewinner, Freunde. Geht erst eine halbe Stunde. Oh Mann! Für den Gewinner des Herzens. Also auch den Verlierern. Der letzte. Gibt es einem! Oh mein Gott! Kackhauche! Freunde, deswegen strengt euch an. Ich dachte, das wäre ein Bild von dir. Freunde, es geht los hier auf dem Turnier. Jeder spielt gegen jeden. Das heißt, es gibt 5 Videos von BrotatoCup. 5! 5 Videos! 5! Ich glaube, das sind insgesamt 15 Spiele. Vielleicht sind es auch 33. Und ich hab gar nicht erst an zu fragen, ey. Auf jeden Fall. Wir stellen jetzt einmal die Mannschaften vor und die Spieler. Ich bin PSG. Ich bin hier Bayern München. Das wahre FCB hier. Ich bin das wahre Borussia Dortmund. Liverpool, you never walk alone. Na? Ja, mit dir bestimmt nicht. Ich stehe gegen Bayern. Das erste Spiel. Let's go! Oh mein Gott, der Bayern. Oh mein Gott! Einfach ein bisschen hoch. Kommt, seid noch das geht. Nein, nein, nein. Das machen wir hier nicht. Oh! Alter! Oh! Hier ist direkt die Gelbe. Ich leg mal ein Zeichen. Ich hab zwei gelbe Karten. Jungs, warum ist es so ruhig? Warum ist es so intensiv? Intens! Oh mein Gott! Er wird dich gleich recht abziehen. Pass auf. Das war das am öftersten Mal. Stark, Marius! Stark! Stark! Das wollen wir nie. Oh! Jetzt! Oh! 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 Das war eine Ansage. Jetzt wird er ein bisschen überwältigt. Oh mein Gott! Arme Junge! Auch noch zu Hause! Komm Junge! Ich habe viel verpasst. Komm schon! Oh mein Gott! Was ist das denn? Super! Alter, das ist ein Geschäftsterminion! Ich ruf deine Mutter dann nachher. Oh mein Gott! 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 Ganz langes Bein da. Oh mein, Carvani ist viel zu lang. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Das ist ein bisschen von 48 Metern. Für die Statistik. Oh mein Gott! Wieso lassen deine andere Spieler da auf dem Boden? Was ist denn da passiert? Ich bin da. Wie viele Tore hier fallen. Das ist ja anders. Das stimmt, aber das interessiert auch keinen. Du wirst aber auch schlecht, Lars, jetzt mal. Ja, wenn ich gegen dich nicht gewinne. Das ist sehr ärgerlich. Das tut so weh. Das tut so weh. 5-1 heißt nix, Freunde, heißt gar nix. Juan Berner! Der schießt doch. Das ist eine rote. Den kannst du ruhig runter schicken. Jawoll. Kommt er wieder an jetzt. Ich hab keine Ahnung, wie ein Elfmeter schießen. Wir werden es versuchen. Ich glaub, du musst zwei passen. Ja! Nur noch drei Tore, Junge. Das geht doch nix. Der springt sogar noch dahin. Das ist doch nicht auch das Spiel. Ich geh ab nach Fortnite, Freunde. Schlechte Spiele gemacht. Titelverteidiger gegen Titelverteidiger. Wir hören jetzt schon einige. Duell der Giganten. Let's go! Schöne Spiel. Nein, das wird's nicht für dich. Okay, lecker. Ja! Oh! 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 Schlecht. Schlecht. Der hat doch angezeigt, Mann. Siehst du das denn nicht? Das ist ja gar nix. Das ist auch so. Und du hast den Brotato Cup mal gewonnen. Das ist gar nix. Der sieht ja, wie die Qualität da war. Das ist ja gar nix. Was darfst du denn? Schlecht. Frag ich mich auch, was du machst. Frag ich mich auch. Das ist ja ganz schwach. Kick der drüber. Das ist ja gar nix. Ich bin ein Blaschen. Ah, Junge! Noch ein Trauriger. Salam! Ruhig! Lieber dich. Boah! Ha ha ha! Du hast ihn doch selber eingestellt. Du hast ihn doch selber eingestellt. Ich war alternativ. Guck mal, wie der im Ausreden sucht, Alter. Danke, Merkel. Zauber, Alter! Van Dijk, Alter! Oh, Mann. Häsel, den Spieler ist ja Van Dick. Ja, viel über Dick. Häsel, Mann. Du meinst mal, du wärst der beste FIFA-Spieler. Boah, sehr süß! Sanko! Du meinst mal, du wärst der Beste. Boah! Wo läuft da keiner? Mathe weiter! Ja, überteilt. Guck mal, jetzt... Häsel, Alter. Die sind so... Da hat er auch ganz hoch geschlagen. Wer hat dich denn gefragt, Norman? Was? Boah! Was, Hölle? Nein! Hat er aber gut gemacht. Er ist vor und zurück. Hat er gut gemacht, Häsel. Stark! Da ist doch Platz! Nope! Boah! Oh, mein Gott! Jetzt! Oh! Okay. Was noch? Ne, ich komme weiter! Ah! Schön! Oh, mein Gott! Oh, das muss es sein! Ahu! 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 Wie deprimiert der schon ist! Der wäre unbedingt... Der konzentriert sich halt. Der kann sich auf zwei Sachen konzentrieren. Schönes Problem! Jesus! Schön gemacht, Alter! Oh, der war gut! Oh! Hey! Ah! Ahu, macht's gut. Das wäre vor ein Tor! Nicht konsequent, so... Boah, der ist zu schnell! Boah, der hat diese Schuhe an, Nathalie! Oh, mein Gott! Oh! Oh! Der ist Sancho! Der ist Sancho! Der ist Sancho! Der ist Sancho! Will, willst du nicht mal deine Mittelfeldspieler? Der ist Sancho! Alter! Ich weiß nicht, was schlimmer ist! Ich bin immer noch Tabellenführer, ja? Hey, Klassico! Real vs. Barca! Zwei liebes Eli! Bausteller vs. Keine Ahnung! Abschluss! Abschluss! Okay! Marius, halt mal den Babbel, Alter! Dann fällt direkt hin! Ey, die machen wir total an! Genau so! Rindt der wie sein Eli selber! Das ist der Bale! Wollt nicht auf überall... Den Bock zu pacen, Alter! Hey! Ich mach wohl nicht! Der ist ja eigentlich so groß, Alter! Wer ist jetzt? Was macht Razar? Er legt sich einfach auf den Boden, Alter! Lauf du mit! Ja, der will nicht laufen, Alter! Und ich? Oh! Ede, Edel! Oh mein Gott! Jo, Bitch! Oh! Fuck, Alter! Was ist jetzt? Ne, 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 ne! Was, was, so mach ich mit dir, Alter! Freunde, lasst jetzt schon mal die Lite da! Das ist das letzte Spiel der heutigen Folge! Nächste Woche geht es dann weiter! Ja! Wichtiger! Boah! Tsch! Machst du gar den Trick? Ja, das war der 2 die ganze Zeit durchgerückt. Jetzt sollen wir bei mir den Trainer einschalten. Hast du da taggeoffene Tube oder was? Oh mein Gott! Boom! Boah, das könnte ein neuer Rekord werden. 2-0 nach 19 Minuten. Trauer. Ihr wart so eine riesen Presse, Eliak. Dafür ist das jetzt traurig. Ich hab keine riesen Presse gehabt. Wieder zurück, Ruder. Mit einem Wurzelter, Ruder wieder. Anatomisch hast du eine riesen Presse. Mit Übersicht. Boah! Faul, das war eh klar. Was für... Ganz ehrlich, das war vorher gespielt, ey. Ja, ganz klar. Was war das? Euer vorher gespielt. 3-3. Ach, schön. Alleine. Alleine noch. Du Kacke! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Das ist der Schuss. Das ist der Schuss. Schuss! Ja, Mann. Oh, ja. 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 Oh, Marcelo. Der Links hat da einen Erwin-Vex-Barm in den Winkel. Hä, wie kann das denn... Kann das mit Toren sein, oder? Das... Wie haben das nicht denn? Das ist doch 14 Lesern einfach... Den wir jetzt auch sehr defensiv besuchen. Puh. Boah. Ich mach doch mal den... Der hat einfach seinen Finger an der Elf-Zweif. Okay, zweite Halbzeit, Leute. Lecker. Ich muss... Ich muss 5-0 machen, Alter. Oh, mein Gott. Hey, komm mal eben vorbei. Ah! Echlinger. Keine Ahnung, was ich machen soll, Alter. Egal, einfach... Rinder... Verlust hier. Oh, mein Gott! Ich wollte nicht das mit dem Tor sein. Das frag ich mich auch. Das... Das ist ja... Stimmt. Wie der Kiefer macht. Was im Film. Achso. Komm, aus den Torwart. Oh! Oh! Keine Pfannen. Ey, leid. Ja, Torwart. Nein. Oh! Was macht den? Komm, Vince. Ich mach das 4-0 sicher hier halt. Ja, der Verwaltet. Was soll das denn? Foul. Er ist auf Auge. Oh, das könnte sein, das könnte... Nein! Oh! 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 Noch mal nachsetzen! Auf Zeit, auf Zeit! Ja! Ich bin nicht letzter Platz auf dem ersten Spieltag. Denn wir haben einen. Letzten Platz. Nein, ich bin nicht letzter. Ich bin vorhin. Ich hab 2-0 geschossen. Ihr beide teilt euch hier. Bayern ganz vorne. Ihr wisst Bescheid mit 6-0. Oh! Liverpool ist letztens. Was ist denn die nächste Partie noch für uns? Der Messi-Bonus? Oh! Spieltag gegen Bayern. Als nächstes spielt Evi gegen Holzi. Oh, das Loser. Das seht ihr nächste Woche, Freunde. Deswegen lasst ein Like da. Abonniert uns. Aktiviert die Glocke. Dring, Dring, Dring. Schreibt in die Kommentare, wer gewinnen wird. Was meint ihr? Wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein. Ciao!